Helene Karoline Berg war die Ehefrau des Komponisten Alban Berg. 1906 lernte sie den Komponisten Alban Berg kennen, den sie 1911 heiratete. Das Paar bezog eine Mietwohnung im 13. Wiener Gemeindebezirk Trautmannsdorfgasse 27, die Helenes Mutter Anna Naowski einrichtete. Helene Berg lebte dort bis zu ihrem Tod. Heute befindet sich an dieser Adresse der Sitz der Alban Berg Stiftung. Offiziell war sie die Tochter von Franz und Anna Naowski. Es ist allerdings anzunehmend, dass Franz Naowski nur ihr nomineller Vater war. Der biologische Vater ist höchstwahrscheinlich Kaiser Franz Josef I., mit dem Helenes Mutter ein langjähriges Verhältnis hatte. Die publizierten Tagebücher Anna Naowski enthalten keinen Hinweis darauf, dass der Kaiser Helenes Vater war. Sie hatte sich allerdings beim Erhalt einer hohen Abfindung verpflichtet. Über ihre Beziehung zu Franz Josef stets stillschweigend zu bewahren. Jedoch erwähnten Persönlichkeiten wie Alma Maler Werfel, Peter Altenberg, Bruno Walter und Soma Morgenstern in verschiedenen Publikationen die Frau des Komponisten Alban Berg, Helene Naowski. Wie selbstverständlich als eine biologische Tochter des Kaisers Franz Josef I. Auch in der Wiener Gesellschaft von damals galt es als offenes Geheimnis, dass Helene die Tochter des Kaisers und nicht die Franz Naowski ist. Ab 1910 verbrachten Helene und ihr Mann die Sommerurlaube im Haus der Schwiegerheltern, der Familie Naowski. In der später nach dem Komponisten benannten Alban Bergvilla in Trahütten in der Südweststeiermark. Dort entstand auch eine Reihe der Werke Albanbergs. Im Juni 1968 wurde in Trahütten auf Initiative des österreichischen Musikforschers Harald Kaufmann im Beisein von Helene Berg eine Gedenktafel enthüllt. Helene Berg war wesentlich daran beteiligt, den Ruhm ihres verstorbenen Mannes zu mehren, den sie um mehr als 40 Jahre überlebte. Sie war seine Erbin und Verwalterin der Autorenrechte. Dazu gründete sie 1968 die Alban Bergstiftung, die der Pflege des Andenkens an den Komponisten dient, wissenschaftliche Arbeiten ermöglicht und herausgibt sowie Stipendien für Musikstudenten vergibt. Umstritten war ihre Position zu Alban Bergs unvollendet gebliebener Oper Lulu. Sie untersagte testamentarisch die Fertigstellung und verbot den Einblick in Bergs Partituren-Skizzen. Nur durch einen Kompromiss zwischen der Alban Bergstiftung und der Wiener Universal-Edition konnte die von Friedrich C.H. orchestrierte dreiaktige Version von Lulu 1979 an der Pariser Oper Uhr aufgeführt werden. Helene Berg wurde im Grab ihres Mannes auf dem Hitzinger Friedhof bestattet.